Nächster 2000 hält seit Monaten die ganze Stadt in Atem. Im Fernsehen haben sie gesagt, er sei vermutlich der schlauste Kindesentführer aller Zeiten. Du musst dich für ein paar Tage um dich selber kümmern. Schaffst du, mein Großer. Und wer gibt in der Zeit auf dich acht? Ich selber. Und Frau Darlene. Wie in den bekannten Fällen der letzten Zeit haben wir Eltern das 7-jährigen Jungen die Polizei. Bei der ersten Nachtzahlung des Lösewertes von 2.000 Euro und Übergabe ihres Kindes alarmiert. Taub, dumm, Bart. Hast du etwa schon wieder Angst? Das ist überhaupt nicht Angst zu tun. Die Aussicht ist phänomenal. Da blieb das Herz feststehen. Das Kind war ein Junge. Der Junge doch ausgab!